So ihr Lieben, heute möchte ich euch mal mein neuestes Werk vorzeigen und vorstellen. Das ist eine Baby-Kollektion mit vielen kleinen Tiermotiven vorne drauf, mit Namen die Teddles-Familie. Gleich am Anfang seht ihr hier unseren Willi, das erste Modell aus dieser Serie. Die Anleitungen werden, im Moment sind sie noch in der Teststrick-Phase, also ich schätze mal Mitte bis Ende September, veröffentlicht werden. Dazu gehören dann insgesamt fünf Motive mit verschiedenen Tieren. Ich zeige es euch mal, das wäre also unser Willi. Wir haben noch ein Theo, das ist ein Elefant mit Raglan-Ärmel in diesem Fall. Wir haben Anton und Antonia, das ist Antonia. Wie man uns schwer an den Farben erkennen kann. Die ist unten leicht, kann man jetzt vielleicht schlecht sehen, aber die ist unten leicht ausgestellt. Hat also so eine mädchenhafte Tunika-Form. Das männliche Pendant dazu ist dann hier der Anton. Das gerade neueste, fertiggestellte Modell ist Manni, der Bär. Der kommt hier aus einer kleinen Tasche raus, die hier mit dem Druckknopf festgemacht worden ist. Folgen soll noch eine kleine Maus. Ich hoffe, dass ich das noch schaffe, dass wir die in die Kollektion mit aufnehmen können. Was ich euch heute zeigen will, ist, wie schaffe ich das eigentlich, diese ganzen Motive auf diese Kinderpullover zu kriegen. Oder Erwachsenenpullover, wie immer man mag. Die Problematik besteht ja darin, dass man also ja eigentlich für jede Farbfläche in einer Reihe ein eigenes Knoll benutzen müsste. Das wäre also, man fängt hier in Natur an. Dann kommt ein bisschen rosa. Dann kommt ein bisschen beige. Dann kommt wieder eine ziemliche Strecke dunkelbraun. Wieder beige, wieder rosa, wieder Natur. So, damit wir jetzt nicht endlos lange Spannfäden im Hintergrund haben, auf der Rückseite haben, müssten wir jetzt eigentlich für jede Farbfläche ein eigenes Knoll verwenden. Und hier bei den Farbübergängen oder hier, dann auch noch immer auf der Rückseite die Fäden miteinander verkreuzen, weil sonst habt ihr hier Löcher. So, das heißt, schon nach graumer Zeit habt ihr ein ganz schön dickes Kuddelmuddel. Um es nicht ganz so streng zu haben, kann man jetzt natürlich hingehen und für die kleineren Farbflächen auch mini kleine Knoll wickeln. Dann hat man nicht immer das ganze Knoll da rumhüpfen und muss nicht immer die ganzen Knoll miteinander verkreuzen. Es gibt viele, die haben überhaupt kein Problem damit. So, die entwirren zwischendurch immer mal wieder und stricken fröhlich mit mehreren Knollen. Mein Ding ist das so gar nicht. Ich bemühe mich eigentlich immer, möglichst nur mit drei Knollen zu stricken. Höchstens mal vier, wenn es sich nicht anders machen lässt. Deswegen bin ich jetzt zum Beispiel hier bei Manni hingegangen und habe erst einmal nach der Strickschrift, die übrigens natürlich bei jeder Anleitung Masche für Masche dabei ist, nur den beigen Teil rechts und links gestrickt. Und ansonsten nur die Konturen, also hier diesen kleinen Körper, habe ich durchweg braun gestrickt. Das heißt, Natur durchgestrickt, braun, 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 braun und wieder Natur. Hatte ich drei Knoll. Ab hier habe ich dann Natur, dieses mittlere braun und wieder Natur gestrickt. So, alle anderen Teile, die Kleinigkeiten, dazu gehören jetzt die Augen, die Wangen, die Nase, Zunge sowieso, aber auch der gesamte untere Bereich in dieser braunen Fläche, den habe ich anschließend mit dem Maschenstich aufgestickt. Der ist ganz leicht zu machen. Das macht sogar Spaß. Es ist mal was anderes mit Nadel und Faden umzugehen, als immer nur mit den Stricknadeln. Es ist durch die Strickvorlage, die ihr habt, ganz genau nachzuvollziehen, was wohin gehört. Und vor allen Dingen, ihr habt dieses Geknudeln nicht. Ihr habt immer nur einzelne Fäden und ich bin da auch gar nicht so pingelig. Wie ihr seht, ich mache auch Knoten, wenn ich anfange, in diese Fäden. Die stören mich hier hinten nämlich gar nicht, aber die brauche ich dann schon mal nicht mehr zu vernähen. So, das heißt, hier bei diesem Manni braucht ihr eigentlich nur den Maschenstich zu leeren, den ich euch gleich auch zeigen werde und könnt den relativ ohne Fadengewehr fertigstellen. Das ist sogar, ich bin beim Aufstecken sehr viel schneller, als beim Entwirren der ganzen vielen kleinen Knäuel. Wo das besonders auffällt, gucken wir jetzt hier einfach mal, nehmen wir uns jetzt mal hier zum Beispiel den Theo vor. Da sind sehr viel mehr kleine Farbflächen. Das ist also für mich einfach unglaublich schlecht zu machen. Beim Theo seht ihr jetzt noch was anderes, nämlich hier ist noch eine Kontur aufgesteckt, so rund um den Rüssel, damit man hier die Übergänge sieht, damit das nicht so ganz so flach aussieht. Oder aber auch hier bei unserem Theo das Auge und hier der schmale Mund. Das kann man dann nicht mehr mit dem Matmaschenstich machen. Da braucht man einen Bogen, der ist nicht so leicht mit Maschenstichen zu machen. Da habe ich den Stilstich verwendet. Der ist auch ganz einfach eine der Standardstickstiche, die es eben so gibt. Mit denen kann man wunderbar hier diese Konturen aufsticken. Das zeige ich euch auch, wie das geht, sodass ihr anschließend hingehen könnt, hier bei diesem Willi auch. Ihr macht einfach nur rechts und links ein Knäuel blau und in der Mitte ein Knäuel grün. Strickt einfach hin und her, das ist leicht zu machen und der Rest kommt anschließend drauf. Hier unten ist es vielleicht doch praktischer, weil es eben so viele kleine sind. Das habe ich eingestrickt. So sieht das dann hinten aus. Da muss man eben nur sehen, dass die Spannfäden nicht ganz so stramm werden. Das kann man aber auch nachher durch Dämpfen noch ein bisschen wieder lockern. Und da arbeitet man halt immer nur mit drei Farben, von daher geht es auch. Nur halt die Abstände sind da kürzer. Gut, dann würde ich sagen, ich nehme jetzt mal ein kleines Probestückchen und dann zeige ich euch mal, wie diese Stiche funktionieren. Dann könnt ihr ans Werk gehen.